hallo und willkommen zu project unstable 5 schön dass ihr eingeschaltet habt es ist wunderbar was hier passiert es ist ja gut ja schön dass ihr eingeschaltet habt ich starte hier weil die aufnahmen von gestern abend wir haben gestern mit allem die auf dem server sind einmal gestartet zwölf leute waren wir und die aufnahmen davon irgendwie ist das deja vu weil ich glaube in staffel 3 was genauso dass meine aufnahmen unbrauchbar waren beziehungsweise ich sage nicht mal unbrauchbar ich sage eher sie hören sich scheiße sagen wir es so und ja das ist halt der stand dass die ganzen aufnahmen vergesst irgendwie drei vier stunden aufgenommen halt weil ich halt so blöd war der sound halt scheiße ich gucke was ich noch verwerten kann aber deswegen wollte ich erst mal hier starten hallo sagen und ich glaube ich warte jetzt erstmal den daten und ab weil er jetzt natürlich hier mir ein bisschen die pläne durchkreuzt hat ja genau du hau ab keiner mag dich und dann wenn man wieder tag ist und die monster alle weg sind dann können wir hier mal ein bisschen die ärmel hochkrempeln und loslegen und ja bis gleich oh fuck das war eine scheiße idee nein ich hab ganz vergessen dass sie ja so riesig werden ach kacke ist noch sauer das blöde ist aber wenn die sterbe der druck ist danach immer so tierisch macht der schaden kein schaden so wir legen gleich los kurze verzögern noch mal bin die warte so funktioniert sag habe ich hier eisen ich habe eisen machen wir uns fixen schwer dann kloppen wir dann am zaun kaputt sag 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 jetzt musst du leider daran geglauben alle katzen freunde tut mir leid alles gut ich glaube wir sind wir so gut ja sind jetzt buddies wir sind buddies alles klar ja dann willkommen zum project ganz sehr viel blatt wurde es vorbei aber leider sind doch noch ein paar sachen übergeblieben hallo ich habe ein wölfchen gezähmt habe allerdings noch keinen namen gegeben vielleicht könnt ihr das ja auch entscheiden ja ich hatte eigentlich vorhin viel fraß zu nennen ja wer vielleicht die anderen stammenguckt hat kennt viel fraß noch und die schmerzen die das der name verbindet und auch meine rüste warte auch ne mein kopf ist kaputt scheiße egal muss jetzt erst mal sortieren bin momentan noch so ein bisschen krank und eigentlich geht es mir gar nicht so gut aber ich will einfach starten und loslegen war schon fleißig wie man sieht ich war am farm und gerade weil ich halt nicht aufnehmen konnte so wirklich oder wollte habe ich halt nicht um ein haus bisschen kümmert ich kann ja mal zeigen wo wir gestartet haben ich weiß nicht inwieweit ich das hier verwerten werde inwieweit ich von gestern abend wo wir gemeinsam aufgenommen und sachen verwerten kann muss ich noch mal alles durchsichten und schauen was man damit machen kann ansonsten ist es leider mal wieder kaputt aber das gute ist halt wir waren da zwölf leute ja viele davon nehmen halt selber auf das heißt man kann sich immer bei den anderen angucken gestartet haben wir hier oben ja so ein kleiner apfelbaum steht hier hier teleport haben wir aufgestellt für die meinung welt weil meinen werden wir hauptsächlich in der meinung welt tun und ja die map haben wir gewählt unter anderem weil hier direkt im spawn ein wunderschönes dörfchen ist und ja das war gestern alles ein bisschen chaotisch weil man kann sich vorstellen project rzb4 der start mit sechs leuten oder was wir waren war schon chaotisch ja und gestern waren wir zwölf leute ähm deswegen ist es vielleicht gar nicht so verkehrt dass die aufnahmen nicht mehr gehen ähm ja hier haben wir halt schön ein paar farmen schon da habe ich schon fleißig abgefarmt äh das dorf ist schon ein bisschen geradet worden wie es aussieht äh hier haben sich so alle ein bisschen niedergelassen der eti ist zum beispiel hier äh sanio und so habe ich hier oben rumwuseln sehen ich weiß gar nicht genau wo ja also man sieht hier ein paar tinkersöfen stehen äh und deswegen habe ich mir ein bisschen zeit genommen und mich einfach um mein haus zu kümmern äh habe so ein bisschen ein bisschen seien drum gezogen damit es ein bisschen hübscher ehrlich sieht habe hier von von roots ist das äh ein thatch dach gemacht äh was ich dachte so ganz das ist ganz cool aussehen farblich passt nicht so ganz aber für die textur halt geil mit dem zeug was da absteht ähm ja project unstable an sich ähm was wollte ich jetzt gucken oder gehe ich jetzt in meinen Welt ich weiß es gar nicht ich habe mir vielleicht mal Gedanken gemacht und sagen eigentlich wollte ich mir ein Pferd besorgen gehen und ein paar Bücher für meinen Zaubertisch aber verzaubert hatte ich jetzt schon dann bräuchte ich es eigentlich nicht mehr okay wir gehen wieder zurück ähm ich wollte dann können wir ein bisschen craften die schnacke nebenbei ähm und wir haben die Server von uns allein jawohl optimal perform oh das ist voll warum ist das voll warte in war ja muss ich mal ablaufen ja eine smelterie habe ich hier halt auch hoch eingebaut ähm eine ganz kleine erstmal das reicht mir persönlich deswegen habe ich sie auch direkt automatisiert damit halt einfach äh so jetzt müssen wir hier nur kurz aufpassen weil ich das hier manuell noch so halbautomatisch habe das jetzt hier ich lasse das jetzt mal so damit sich das hier nicht irgendwie der Eisen rauszieht und wieder alles ganz krumme Beträge da drin werden das muss alles passen ähm project unstable 5 ja wir haben uns diesmal ein bisschen mehr Mühe gegeben bei dem ganzen Modpack ähm Schnauze hatte dazu schon mal ein Infovideo gemacht ich weiß nicht ob das jemand von euch gesehen hat oder nicht mein Ventilator läuft noch das hört sich vielleicht was doof nicht mal aus ähm wir haben halt uns also so viel Mühe haben wir glaube ich noch nie in das Modpack gesteckt wie bei dieser Staffel jetzt ja wir haben Minecraft 1.11.2 äh wir haben um die 200 Mods glaube ich drinne wenn mich nicht alles täuscht ähm Custom Rezepte für viele Sachen vieles müssen wir noch machen ja wir haben noch nicht mal in bei weitem noch nicht alles abgedeckt was wir machen wollten ähm und ja deswegen ich weiß nicht ob ich hier irgendwo ein Beispiel zeigen kann was waren zum Beispiel wir haben ja hier Thermal Expansion wieder drinne weil Ender.io nicht äh upgedatet wurde auf die aktuellen Minecraft Version deswegen haben wir Thermal Expansion wieder drinne ähm und da hab ich so ein bisschen die ganzen Rezepte angepasst äh dass die alle ein wenig teurer sind ja ein bisschen mehr aufs Late Game ausgelegt dass man nicht direkt irgendwie ein Redstone Furnace hat und dann damit alles vollballern kann äh sondern dass man so ein bisschen Progress haben muss ja ein bisschen ein bisschen im späteren Spielverlauf die ganzen Sachen dann erst machen kann ähm und natürlich ist das ein schmaler Grad ja man will es halt zum einen schwieriger machen da ranzukommen auf der anderen Seite wird es auch nicht zu schwierig machen dass die Leute dass den Leuten der Spaß vergeht so jetzt gucken wir Master kurz helfen ob es ein Sleeping Bag gibt nein gibt es nicht nö so muss reichen ähm ja Rüstung man sieht was ich für einen Scheiß hier anhabe das ist äh zum Beispiel äh ich schnauze da auf eine gute Idee gekommen was die Rüstung angeht ähm warte mal ich suche ich jetzt zum Beispiel ich nehme jetzt einfach mal ein Chestplate als Beispiel gibt es ganz viele verschiedene auses Allmögliche Materialien kann man die machen äh aber man braucht immer äh zum Beispiel bei den niedrigeren Rüstungen braucht man zumindest eine Lederrüstung davor ja und dann mit Platten drumherum entsprechend ähm und die Lederrüstung selber ist halt auch schwieriger da haben wir Better with Mods eingebunden dass man da halt mit Dung und äh behandelt im Leder äh das in den Code run macht und zack dann kannst du jetzt die Lederrüstung machen und dann musst du das halt zusammen craften mit Platten die du halt auch erstmal craften musst äh oder gießen musst je nachdem ähm und dann kann man erst Rüstung machen ja so mal ein kleines Beispiel ähm was das hier alles so ist ja so ein bisschen das Late Game erschwert zum Beispiel mit Fackeln alleine da das glaube ich so der größte Aufhänger oder was am ehesten auffällt das Crafting Rezept für die Fackeln ja ist nicht mehr einfach nur ein Stick und eine Fackel und du äh Kohle und du hast vier Fackeln draus sondern ist halt ein Stick mit Kohle und String und du kriegst eine Fackel draus äh wo ich es alleine getestet hatte äh mal am Anfang hat mich das mega angekotzt aber im Grunde ist es kein Problem wenn man eine String Farm hat wir im Dorf haben hier halt eine gehabt direkt am Anfang quasi äh dann ist das halt im Grunde kein Problem er ist halt ein höherer Kohleaufwand aber äh äh macht es halt für das Late Game auch wieder ein bisschen interessanter weil man einfach mehr farben muss ja du hast nicht irgendwann einfach deinen dicken Mining Turn gemacht und musst dann zwei Wochen nicht mehr farben gehen weil du genug Ressourcen hast ähm ja da haben wir uns so dabei gedacht jetzt habe ich hier ganz viel geschwafelt ähm eigentlich könnten wir das doch direkt mal machen weil ich habe einfach keine Rüstung ja und äh ich wollte eigentlich wir haben ja wieder Roguelike Dungeons drin ich wollte eigentlich in den ersten Folgen wie immer mittlerweile äh in den Dungeon abhauen und äh den erkunden vielleicht noch mit jemandem zusammen mal gucken ja Problem ist nur man muss da gut ausgestattet sein und wie ich es ja gerade am Hand der Rüstung erklärt habe brauchen wir äh mit Better with Mods müssen wir das machen so jetzt die Frage äh die guten Rüstungen ja zum Beispiel Diamant oder was gibt es hier noch als Beispiel Platin ja und so weiter die ganz guten Sachen da braucht man eine Kettenrüstung und die macht man halt aus Soulforged Steel beziehungsweise nicht aus Eisen aber die machst du in einem Soulforged Steel Anvil das ist halt eine fortgeschritten Ressource aus dem Better with Mods Mod ähm ich weiß gar nicht ob wir die direkt machen können ich meine doch mal dass es super aufwendig war oder egal okay wir machen erst wir schauen erst mal dass ich eine pissige Eisenrüstung kriege ähm dafür brauchen wir Cut Leather das machen wir aus Tent Leather Tent Leather machen wir aus Scored Leather und Dung in einem Cauldron und das machen wir aus okay fangen wir ganz vor wir brauchen eine Millstone eine Stone mit einem Wooden Gear okay so jetzt haben wir eine Millstone jetzt habe ich zwei Millstones und jetzt habe ich eine Millstone irgendwas spielt mir gerade wieder ein Streich so Millstone zack ich weiß dass man dafür was war denn das ein ein Gear irgendwie so was hat man dafür gebraucht weil es auch nicht wieder Ties um das Ding zu aktivieren Better with Mods da ein Hand Crank ah alles klar da brauchen wir nochmal ein Wooden Gear so so dann brauchen wir noch Leather habe ich auch ein bisschen was zusammen gesucht so und dann haben wir muss das gehen oder muss ich jetzt mehrfach drücken das ist halt so das Early Game halt warte mal ah da ist es rausgekommen alles klar so kriegen wir Scored Letter ich mache jetzt nicht alles in der Aufnahme das könnt ihr vergessen ähm und das müssen wir in einem Cauldron mit Scheiße zusammenpacken in dem Cauldron machen wir aus Kupfer oder Eisen Knochen und einem Wasserhalmer okay warte mal Wasser hol ich fix habe ich überhaupt noch Knochen ich glaube ich habe die alle verpfeffert Scheiße kann man aus dem Knochen machen das ging glaube ich oder ja oh Gott sei Dank vier Golden Nuggets ich glaube der will das da machen da wie wär's damit weil vier Golden Nuggets brauchst du nur für die Dinge so Knochen haben wir brauchen wir noch Eisen Nuggets so zack so war das na jawohl da haben wir einen Cauldron war das der den man mit einem Bellow befeuern musste automatisiert oder war das der wo einfach nur Feuer drunter sein musste ach scheiße wie kriege ich denn Feuer warte mal nein fuck ich glaube ich habe mir das alles jetzt ein bisschen so einfach vorgestellt weil Flint and Steel ist Flint and Steel das heißt ich brauche erstmal Stahl ansonsten kriege ich das Feuer nicht an oder ach nee warte mal das hat doch ein eigenes warte mal ach nee das war so ein die Batsche konzentriertet Hellfire da brauchen wir auch Kordeln für nee das kann man sich herstellen roten Hellfire wo kriegt man das denn her okay warte mal wie mache ich das denn ich meine ich habe das macht man alles in einem Cauldron aber wie okay ich glaube es reicht wenn ich ein Feuer drunter mache wo mache ich das ich will das nicht warte ich mache das hier vor der Haustür habe ich Koppel dabei ach nicht stimmt ich kriege ja kein Feuer verdammte Axt reicht Lava Lava habe ich nämlich ganz viel warte mal ich glaube ich mache Trick 17 beziehungsweise ich gucke erstmal warum muss man ganzes Inventar durcheinander beziehungsweise ich gucke erst bin ich noch da okay ich glaube ich muss warte hä was ist denn hier jetzt los jetzt geht es okay irgendwas hat mein Inventar gerade ein bisschen durcheinander gehauen so jetzt muss aber wieder gehen so wenn ich jetzt warte mal ich mach mal hier einfach mal ein Holzblock hier kommt der Cauldron reicht es wenn ich da Lava Lava drunter sitze scheiße muss da rein ne oder wie war das ja ihr könnt mir gerne Tipps in die Kommentare weil ich Petarus Mods habe ich kaum benutzt und deswegen kenne ich da überhaupt nicht aus ich hoffe dass es geht Show Recipes oder ist das der Cauldron der muss ich ein Stoked Cauldron machen ne das ist was anderes ja ne der Stoked Cauldron war glaube ich der den man befeuern muss ne mit dem Bellow und so ein Shit und ich meine dass der normale Cauldron ausreicht wenn ich da Feuer drunter mache so da ich aber kein Flint and Steel machen kann müsste es ja reichen wenn ich hier Holz hin mache und dann setze ich hier den Lava einmal daneben und dann müsste das Holz ja zwangsläufig anfangen zu brennen oder komm schon warte mal ich glaube Fire Spread ist aus ne scheiße warte mal kann ich mir das anzeigen lassen Game Rule ich glaube dass wir Fire Spread ausgemacht haben bin wir aber nicht äh nee was war das do Fire Tick ist auch true okay also Fire Spread ist an komm schon jetzt lass mich nicht hängen das muss doch gehen oder muss ich die Lava einfach daneben setzen komm schon gib mir Feuer verdammte Hax es brennt oh es brennt scheiß das ganze Holz ist weg okay wir machen was so das müsste sich ja gleich nochmal da ausbreiten oder vielleicht kann ich denn in der Zeit ein Ding durchbrennen weil Neta haben wir auch noch nicht beziehungsweise müsste ich auf Sidion Farm gehen und dann könnte ich ein Nether Rack holen komm schon Holz komm schon Spreader okay es will nicht okay Trick 17 wir gehen in den Neta aber ich glaube es hat noch kein Neta Portal kann sein ähm wisst ihr was äh ich merke mich gleich wieder wenn ich sortiert bin ja ja es hat funktioniert ich bin ein Genius es hat funktioniert ein Neta Portal ohne Flint and Steel dumm dumm ähm ja auf geht's wir können wir fix zwei mal an den Neta gucken ähm we need to go deeper yes jetzt kriegen wir erstmal ein bisschen Feuerwerk in die Fresse oder ja eigentlich oh Gott nein nein okay bitte keine Aufmerksamkeit auf mich ich will hier nicht gleich sterben so so es löst jetzt gerade unser Problem nicht mit dem deswegen ich will es mit dem Codron direkt mal hier ausprobieren so wenn ich den jetzt hier drüber setze reicht das dafür zack zack ja ich kann jetzt bald ein Lederrüstung machen Leatherrüstung ich glaube ich habe mich noch nie so sehr gefreut eine Lederrüstung craften zu können genau ähm warte mal ich brauche das Leder dafür oh nee warte der hätte ich das gute Leder verschwenden ah nee Muskatleather muss ich machen das muss ich erstmal muss ich erstmal mit ne Scheren machen zwei Stück davon ach so warte ich hab ne Schere dabei zack das muss ich jetzt da reinhauen ja sieht gut aus sieht gut aus jetzt bitte wenn mir jemand das Portal hier ausschießt ich komme nicht wieder zurück das kannst du vergessen obwohl ich hab noch Holz dabei ne müsste es ja eigentlich wieder gehen ja man kann nämlich auch das Ganze umgehen ja und ein Portal ohne Anzünden ohne Leiter jetzt habe ich voll den guten Scheiß schon hier guck mal nee warte mal das kann ich nicht abbauen aber Kobalt kann ich abbauen oder muss ich hier runterfallen wo ist das nee Harvest Level Kobalt oh okay dann geht das noch gar nicht so dann muss man hier aufpassen ich glaube das ist nämlich so wenn man hier Erze abbaut im Leder dass die Pikmin alle ausrasten egal ob das Bezirk das Schmachs oder nicht die rasten alle aus ja ich habe ein Cutletter oh mein Gott wir brauchen 5 also 24 für die ganze Rüstung ja das dauert ne Weile oh Baby wir haben jetzt sind nur zwei Bricks oder warum gehen die nicht aufeinander egal wir haben es geschafft ich habe jetzt nämlich drauf wie was also ich habe jetzt eine Blast Furnace weil ich habe das nämlich hier versucht ja ich habe das Neder Portal mit Lava angezündet aber irgendwie geht das hier nicht mehr die Lava hat sich nicht mehr weiter ausgebreitet warum auch immer deswegen bauen wir jetzt hier einen wunderschönen äh was ist meins was ist meins was ist meins was ist meins so einen wunderschönen Blast Furnace rein äh hoppala nein mein Fall und fangen an warte 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 eins zwei drei ja ah 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 und bam zack 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 der kommt jetzt erstmal provisorisch hier hin so ach da müssen wir einmal mit dem Hammer drauf tappen ne damit das geht warte mal hier das ist immer mein Müllschacht hier na oh 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 uff uff ganz ruhig ok jetzt sind wir mit meinem Müllschacht hier weil ich habe hier unten äh ein bisschen zum Meinen habe ich einfach mal gerade nach unten gegraben so was wollte ich jetzt ein Hammer bam und putz blast furnace oh baby jetzt darf ich nochmal hochgehen weil ich ja noch Eisen brauche ich habe sogar schon ein bisschen Kohlkohl in Kisten gefunden ähm äh was noch Eisen so bam jetzt geht die große Stahlproduktion los Junge direkt in der ersten Folge jawohl jetzt brauche ich nur einen Stiel und dann kann ich mir ein geiles Feuerzeug machen und dann kann ich endlich den Lederrüstung machen oh mein Gott und das Geile ist aber da ich halt noch keine richtige Tierfarm habe reicht es nur für einen Teil einer Lederrüstung ich bin jetzt nämlich gerade dabei eine Brustplatte zu machen da habe ich nämlich genug jetzt Leder dafür gemacht jetzt habe ich gerade so genug Scheiße dafür ähm und jetzt brauche ich halt nur noch äh das Stiel damit ich endlich mal den Codium betreiben kann wie lange dauert das hier oh ist ja gleich fertig alles klar ah da können wir nochmal fix äh gucken weil Dung ist halt jetzt ein sehr wichtiges falls ich es noch gar nicht gesagt habe von ist ein sehr wichtiges Mittel äh was so äh Early Game angeht äh wird durch alle Tiere gedroppt ja jedes Tier scheißt in einem random äh alle paar Minuten scheißt das mal lässt halt Dung fallen zum Beispiel mein ganzes Dung habe ich bis jetzt von meinem kleinen Freund ich hab mal kommen hab ich den Fein gemacht hab ich den Fein gemacht warte mal hab ich was bitte guck mal hier ja mh richtig schönes Mystery Fleisch Christe dafür hinsetzen Platz so ähm so und aber da brauche ich halt noch eine Tierfahre die muss ich dafür machen darauf wollte ich eigentlich raus so muss dann fertig sein oder BÄM Junge ich hab Stahl wuhu jetzt können wir uns ein so jetzt kommt's BÄM ein Flint and Steel oh mein Gott wir haben neues Zeileiter beschritten hier so die Lava kann wieder weg das Fleisch kommt mal in die Täsch so weg damit so wo setzen wir den jetzt hin weil wir brauchen möglichst weit weg von unserem Holz und Stroh Haus ich könnte ihn ja eigentlich hier neben setzen war dann kommt da unten ein Neterreck hin so zack das machen wir an oh endlich hab ich einen Flint and Steel jawohl äh mein Kohlen ist da dann können wir da jetzt das reinhauen und dann habe ich gleich eine richtig geile Lederrüstung Das Ergebnis unserer heutigen Folge. Jawohl, Lederrüstung. So, aus der Lederrüstung können wir jetzt eine richtig tolle Rüstung machen. Und zwar habe ich geguckt, was das Beste ist. Das Beste ist aktuell Bronze, was wir aus einer Lederrüstung machen können. Also eine Bronze Rüstung. Und da ich halt nur genug Leder für eine Lederbrustplatte habe, kann ich halt auch nur eine Bronze-Jazzplate machen. So, weg mit dem Gold. Und her mit Bronze. Oh mein Gott. Ich bin so sexy. Okay, das ist dann... Ja, das ist unsere... So macht man Rüstung hier in dem Hotpack. Okay. Ich glaube, es reicht für die erste Folge. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht nicht so aufregend oder spektakulär. Oder ich weiß halt auch noch nicht, was ich noch vielleicht verwende aus der Aufnahme von gestern Abend. Aber, wie gesagt, ich bin aktuell so ein bisschen krank und habe nicht so viel... Ja, deswegen. Hab nicht so viel Zeit. Seht es mir bitte nach. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Aber auf jeden Fall feed it for. Ihr könnt gerne Kommentare schreiben. Bin immer offen dafür, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder irgendwie für Mods. Ich habe nämlich, weil wir haben ja ein paar neue Mods dabei, mit denen ich mich noch gar nicht auskenne. Das ist zum Beispiel einmal dieser Ember-Mod, der richtig crazy aussieht. Und dann noch zum Beispiel dieses Astrology, Astral Sorcery. Was auch ziemlich cool aussieht. Ja, da könnte ich auch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Also, wenn ihr irgendwelche Tipps für mich habt, dann immer her damit. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten und Durchhalten. Ich freue mich schon auf eine neue, wunderschöne Staffel, wo wir hoffentlich viel erleben werden. Aber fürs heute, fürs Erste, sage ich Dankeschön und zum zehnten Mal. Und bis zur nächsten Folge. Haut rein! Und bis zur nächsten Folge.